Leinen los und volle Fahrt voraus. Wir stechen mit der Esmeralda in See. Ein sagenhafter Graf gab dem bekannten Ausflugsrestaurant Graf Isang am Seeburger See den Namen. Denn der größte Natursee Südniedersachsens soll dort entstanden sein, wo die Burg als adeliger Wohnsitz einst im Erdboden versank. Restaurant, Café und Biergarten laden ein. Traumhochzeiten und Kindergeburtstage werden hier gefeiert. Für kleine Gräfinnen und Grafen gibt es eine Kinderkarte. Jeder Besuch ist ein Fest für die Sinne. Angefangen beim leckeren Sonntagsfrühstück bis hin zum hausgebackenen Kuchen. Spaziergänger und Autotouristen, Wanderer, Rad- oder Bootfahrer steuern ein gemeinsames Ziel an. Denn jeder Besuch im Graf Isang ist wie ein kleiner Urlaub.